Mit einem wahren Urschrei avanciert 1975 Gertrude Münzer, äh pardon, Penny McLean über Nacht zur Disco Queen. 22 Wochen Top 10 für Lady Bump. Ein Disco-Klassiker par excellence. Platz 8. Lady Bump, Lady Bump. Sag mal, ist das wahr, dass eine Frau namens Gertrude Münzinger aus Klagenfurt sich in Penny McLean umbenannt hat, um diesen Song umzugehen? Ja, natürlich, natürlich. Warum denn nicht? Ich meine, Kim Fischer heißt in Wahrheit ja auch Kerstin Pötke.